Ja hallo Schaffreunde, ich bin heute Vertretung für die Chefin, für Fenja. Es sind jetzt im Laufe des Tages heute so glaube ich sechs, wenn ich mich verzähle, sechs neu gekommen. Genau, da hinten, dieser Gescheckte, der ist neu. Gehen wir mal eben hin. Und zwar ist das ein ganz strammes Bocklämpchen. Ja, die mit den Drillingen, die muss jetzt mal ausgeschnitten werden, wenn das jetzt ein bisschen ruhiger hier wird, dass man die Hunde mal wieder reinlassen kann und dass sie viel Theater machen hier. Im Moment ist mir das gerade ein bisschen zu unruhig gerade mit den Lämmern. Dann da vorne die mit den Zwillingen, die gerade da weg geht. Die ist auch neu. Da müssen wir aber auch mal nach dem Beuter gucken, so wie das aussieht. Das sieht so aus, als ob die eine Seite nicht getrunken wird. Die sieht mir ziemlich dick aus. Als ob die da noch nicht dran gewesen wären. Da müssten wir gleich mal nachgucken. Ich vermute mal, dass da noch ein Frocken dran ist. Irgendwas wird damit sein. Die ist auf jeden Fall neu. Und das ist auf jeden Fall. Und jetzt wieder nach. Da hinten die mit den Zwillingen sind von heute und diese hier mit dem Einzellamm, die hier, die ist auch von heute. Und hier die Zwillinge, die sind auch von heute. Genau, so sieht das jetzt erst mal aus. Und wir wissen, dass ich vielleicht auch später bei Schimpfanz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schießt, du Kampai! Aui! Aui! Leise, und jetzt gehst raus! Raus! Aui! 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 So, wir gehen jetzt nach den Mutterschafen in den kleineren Trupp schauen. Stimmt direkt auf der Hauptstraße, würde ich sagen. Ja, auf der Schnellstraße. Jetzt schauen wir jetzt, ob das gekommen ist. Gestern war ja ein Ring, da mussten nur noch drei Lappen. Mal schauen, ob das gezahlt hat. Hier. Huh! Rauschen! Hier. Wenn es nicht noch, die hier, die da hinten und die? Oder hatte die schon? Oder hatte die schon? Ne, die hatte glaube ich schon. Ja? Ja, das war ihr Lamm, meine ich. Dann... Aber die hat irgendwie auch eins. Ne, doch nicht. Ja, hier sind ja auch welche am Rücken. Ja, ist ne neue. Oh, guck mal. Der Wummel, die ist aber fett. Da hinten glaube ich, die müssen schon so aufhören. Ja. Das ist die von gestern. Die da mit dem einzelnen... Ja. 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 So, wir schauen jetzt nach einer... Auf alle Seite... Zu ne äh... Dicke Zitze. Zitze. Und äh, wir versuchen jetzt zu fangen mit Peppa. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Und... Und... Hinten und fangen können. Aber es wird immer auch schon quasi... Ohne Hunde und Tapis geschafft. Mal schauen. Wo? Welche denn? Peppa, komm hier zu mir. Komm hier zu mir. Peppa. Komm hier zu mir. Komm hier zu mir. Peppa, komm hier zu mir. Da bin ich blind. Welche schwarze. Peppa, komm hier bei Fuß. Peppa, komm hier bei Fuß. Dat und damit ver splettet. Ich frage mich, Hey. Da bin ich. – Ich kunde. – Woah. – Tschüss. – Dja. – Dja. – Dja. – Dja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.